Season 7 startet im März, das wurde offiziell von Dice and EA auf Twitter erklärt. Mehr dazu findest du jetzt im Video. Vor kurzem bekamen wir noch ein Teaser über das Weihnachten Holiday Protocol Event, dass wir auf jeden Fall eine Season 7 bekommen werden. Nun haben wir die offizielle Bestätigung von Battlefield slash Dice and EA, dass diese ganze Sache im März 2024 starten wird. Bis dorthin wird die Season 6 noch laufen, mit natürlich dem Holiday Event und weitere Inhalte. Was genau uns erwartet, wissen wir immer noch nicht. Dice schreibt auf jeden Fall ganz klar rein, dass es Maps geben wird, also die Mehrzahl von Karten. Weiter hinaus schreiben sie ebenfalls, dass wir noch weitere Inhalte bekommen werden. Ich bin sehr gespannt, was Dice für Season 7 geplant hat. Weiter geht es mit Sachen, die man gerade freischalten kann zur Weihnachtszeit in 2042. Dafür müsst ihr euch einfach nur einloggen und bekommt gleich drei Spielerkarten und drei Embleme. Dies ist an erster Stelle für diejenigen, die damals die Events in 2042 nicht mitgespielt haben und die Dinger nicht freigeschalten hatten. Ich zum Beispiel finde mega geil diesen Mary 2042 mit den zwei Ranges und dem Herz richtig geil. Den habe ich auch aktuell ausgerüstet. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, welche du ausgerüstet hast. Das war es aber schon mit dem Video. Ein schnelles und knackiges Video, aber jetzt seid ihr auf jeden Fall up to date rund um Battlefield. Um zukünftig keine Informationen rund um Battlefield zu verpassen, lass mir doch einen kostenlosen Abo da. Das kostet dich nichts und supportet mich extrem. Wir sehen uns spätestens in den nächsten Videos oder sogar auf dem Schlachtfeld. Das ist ein bisschen wie 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 ein bisschen wie